1, 2, 1, 2 So Jungs, guckt mal kurz eure Taschen, ob ihr genug Tabletten dabei habt. Ne, Spaß noch. Habt ihr noch genug Zigaretten? Wir fahren nach Grabo, Zigaretten holen. Ja, ihr braucht noch welche. Ich dachte, ich dachte, wo ticke ich jetzt. Habt ihr noch alle? Okay, dann nicht. Alles klar, die Palle geht weiter. So, aber warum gibt es den Grabo Zigaretten? Gibt es den Grabo und Fitchi? Gibt es den Grabo und Fitchi? Ja, das ist ja auch gut. So, Partygale, Alter. Auf den Hofland. Jawohl. Portier da. Wuh. 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 Ja. Was ist für ein Video, Alter? Ja, klar. Hey. Was ist für ein Foto? Mann. Immer schön in den Ständen. Feierabend. Wuh. Das Ding ist aus. Das Ding ist aus. Das Ding ist aus, Jan.